Wir kommen zu UNO! Zusammen mit Fukut, Jesse und Patex. Ja, und wir spielen heute UNO Flip, war das nämlich cool und hip und das machen die coolen Kids heutzutage. Ja, und ich werde sagen, wir fangen an mit der Runde! So, erste Runde. Was müssen wir machen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir haben neue Karten. Ja, das sehe ich. Ja, guck mal auf den Rücken der gegnerischen Karten. Alter, Jesse, bei Dex, Pufu, ich kann eure Karten sehen. Warum sind die falschen? Das ist so bunt, warum bin ich nicht dran? Ach so, ich wurde ausgesetzt. Okay, ich muss erst mal wieder das Spiel verstehen. Das ist jetzt schon wieder komplett vergessen. Ich nehme blau. Ich nehme auch blau. Das ist so spannend. Ich nehme auch blau, kann jemand mal so eine Flip-Flop-Karte? Ja. Was ist denn das? Was ist denn C2-Karte? Was ist denn C2-Karte? Was ist denn C2-Karte? Leute? Ich bin gelb, by the way. Ja, ich habe kein Gelb. Unlacken. Jetzt zieht du einfach eine Karte. Oder drei. Ach mann. Nice. Uno. Uno. Überfinkel gerade meine Situation. Plus eins. Habt ihr beide eine Uno-Flipkarte? Auf euren Rückendingern steht Flipings. Ich war auch. Oh shit. Da steht überall auf die Ecke schaust. Ach so. Oh. Dann wechseln sich die Karten. Und ich hab keine Ahnung was ich hier habe. Oh Gott ich weiß nicht was ich hier machen. Ich hab blau. Achtung. Ich hab mich komplett gehofft. Ich hab viel auf einmal. Wieso durfte ich dich legen? Darfst du jetzt? Ich bin zu alt für das Ziel. Was ist denn das? Karten ziehen. Das ist ein bisschen lila. Hä? Wow. Was ist was? Hä? Ich hab ne Farbskarte mit aufnehmen. Ah ja. Okay. Gut. So. Attacke. Plus eins. Plus zwei. Plus drei. Plus drei. Ja. Voll mega rumschulter. Warum sind alle plus? Plus eins. Wie unnötig. Okay. Mach ich auch plus eins. Plus eins. Plus eins. Ach stimmt mal. Welche Farbe? Orange. Orange. Pink. Danke. Wow. Ey. Ey man. Also ich finde es geil. dass es pink und lila gibt. Das sind beides meine Farben. What? Hier. Hier. Warum wechseln wir ständig die Farben? Ach man. Damit wechseln sie. Der war ein eher. Hallo. Bitte. Hallo. Ach man. Ach nö. Was ist das? Viel Spaß. Maxi. Jahu. Plus fünf. Jahu. Jahu. Plus zehn. Google. Plus plus zehn. Oh Gott. Oh mein Fufu. Ich hätte sogar noch mal stapeln können. Komm. Mach mal noch mal eine Runde. Ach so. Uno. Oh nein. Ich kann nicht mal. Ich hab keine gezogen. Ui. Was ist das? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ach so. Alle aussetzen. Alle aussetzen. Wait. Alle? Ja. Alle aussetzen. Wie dumm ist die Karte? Oh nice. Sie kann sich. Oh oh. Oh nice. Geil. Schön ziehen. Der zieht jetzt wieder. Oh nice. Oh nice. Willst du noch mal? Oh ja. Oh nice. Alter. Plus fünf. Oh oh. Ah bless. Bitte ändert die Farbe. Jess. Danke. Nein. Oh ja. Wir machen mal orange. Oh nice. Nein. Ich mag orange nicht. Warum nicht? Das ist voll die schöne Farbe. Nein. Ich mag die nicht. Sag ich doch. Maxi. Mach noch mal. Jess. Du wollte eh nicht. Hallo. Ich hab 35 Grad auf der Hand. Nein. Komm Jess du darfst. Der hilft euch auf lange. Ich hab gesehen nicht. Ja okay. Dann mach jetzt hier. Okay dann leg ich halt ne. Nee. Kannst du nicht. Mach. Bitte. Ich will auch mal wieder. Ich will auch noch nicht rum. Ach mei. Das ist doch kacke. Bis dran Maxi. Ja du darfst nochmal. Ach danke. Ach mei. Das ist doch kacke. Hats ab. Ja huch mensch. Wow. Oh no. Oh no. Der hat auch eine. Oh no. Oh no. Oh no. Bitte nicht hufu. Oh nein. Das ist doch kacke. Mann. Ach kacke. Ach man. Ich hab so viele Stapeldinger. Ja legt nur ne plus 5 Alter. Ich mach euch dann so fertig. Ding ist Jess jetzt nur noch 2 Karten. und irgendwie. Einmal. No. No. Ich hab so gute Karten. Guck dir mal meinen Rücken an Maxi. Oh shit. Oh what. Hier mal plus 5. Holy shit. Hier mal plus 5. Wenn Fufu noch ein paar hat. Dann können wir Jess hier sowas reindrücken Alter. Auch mal nicht. Flipp. 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 Ja. Oh jetzt wird spannend. Ich hab extra die Runde geturnt. Okay Fufu hast du auch noch ein paar plus 5. Nein. Warum wollt ihr mich fertig machen. Was ist los mit euch. Ich bleib trotzdem mal auf dem Pod. Ich kann nicht mal. Ja. Hast du noch eine. Ich hab noch eine. Ich erhöhe mal. Hast du noch auch eine. Ich höre. Ich höre. Ich hab so behindert. Ganz ehrlich. Mein Text. Schöner Hin. Ja. Ihr seid so behindert. Das ist der Wahnsinn. Alle da wenn ihr. Ohne Witz. Ich hasse euch. Ich sehe nicht mehr alle Karten weil ich so viele habe. Mann ich hab die Farbe nicht. Oh nein. Oh Mann ey. Ach Mann ey. Was soll ich denn machen? Das ist doch mal doof. Einmal noch 4 Karten. 5 Karten. 6 Karten. 7 Karten. 7 Karten. Eine ganze Fußballmannschaft an Karten. Finde ich auch. Ah. Nein. Bitte. Patex. 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 Gön. Nur eine. Es sind 2. 3. 4. 4. Das sind mehr. Das sind 6 schon. Das sind 7. 4. 5. 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 1. 5. 5. 6. 5. 5. Hm erожалsert nixen 있어요! Aber die sind alle so schön, ich kann mich nicht entscheiden, ich mag die Farben so gerne. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab 20 Karten gezogen, Alter. Welche Farbe wollt ihr denn? Ich hab von allem. Orange, ich hab am meisten von orange. Lila. Danke. Cool. Danke. Nice. Super. Ja. Oh, das wird ne lange Runde, ich merk das schon. Oh oh. Patex? Oh oh. Nice. Scheiße. Scheiße, sorry. Hupo hat gewonnen. Hupo hat gewonnen. Hupo hat gewonnen. Ja, natürlich. Ich konnte nix mehr machen. Warte, Maxi, welche Karte willst du ziehen? Blau. Nice. Yeah, it's hardcore competitive, los. Was? Okay, zeig was du kannst. Bats, drei. Eins. Oh, ich muss ziehen. Maxi, das find ich nicht gut. Oh man, ey. Oh shit. Wir gehen auf blau. Nein. Darf ich raus gehen? Nein, nein, bleib ruhig drin. Hupo, da du eben nicht dran warst, denk mal so, du willst vielleicht nochmal machen. Hey. Was, echt? Okay, nevermind. Warte mal, er ist auch dran. Ha, Bats. Umdrehen. Oh oh. Bitte plus fünf, bitte plus fünf. Nice. Komm, plus fünf ihn. Plus fünf ihn. Maxi, Maxi, orange oder pink? Ich hab die Farbe immer noch nicht. Oder pink? Ich hab die Farbe. Ich hab die Farbe. Oh, was ist das für ne unnötige Karte in dem Moment? Ja, super normal. Plus pink. Pink oder orange, Maxi? Ich geb die Farbe. Ich geb doch mein bestes. Komm schon. Herz der Karten, führe mich. Maxi. Ja. Welche Farbe? Pink oder orange. Ich geb die pink. Nein. Zu spät. Tut mir leid. Orange wäre besser gewesen. Wenn er jetzt auch plus fünf macht, dann war er ja nicht. Ja. Ja, ha, ist doch nicht zu Ende. Du kannst aber dazwischen legen. innn. Ha, du hast eben fast gewonnen. Noob. No. Ich habe nicht eine Runde gewonnen. Hey Leute, das war es mit der heftigen, überkrassen UNO-Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mir sehr einen Daumen nach oben freuen. Es gibt unglaublich viele. Da wird so ein paar Sekunden. Schaut auf jeden Fall bei den anderen in der Videobeschreibung vorbei. Die sind da alle verlinkt. Und mein Anker-Kanal ist da auch verlinkt. Also, falls ihr mal vorbeischauen wollt. Und ja, rechts kommt jetzt mein letztes Video. Links kennen Sie mich und meinen Anker-Kanal, meinen 2-Kanal. Alle abonnieren und ich würde sagen, das war das Video bis zum letzten... Bis zum nächsten Mal. Ciao.